Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rebell-AT-Gaming-Podcasts zu einer wahnsinnig interessanten Diskussion, auch dieses Mal, mit mir dabei, aus dem fernen Österreich, in der Quarantäne, nein, Scherz, beim Social Distancing, ist dieses Mal der Siegfried Arnold. Hallo Konrad, Homeoffice auch bei dir, oder? Social Distancing, auf das haben wir Gamer ja gewartet, oder? Das Paradies, es ist finally arrived. Ja, mein Name ist Konrad Kelch, ich begrüße euch hier bei einer weiteren Episode des besten Rebell-AT-Gaming-Podcasts, den wir je gemacht haben. Wir machen das so wie Apple, wir sagen auch immer, wir haben den schnellsten Mac, den wir je gebaut haben, bis wir den nächsten aufgenommen, beziehungsweise gebaut haben. Ähm, ja, dieses Mal geht's um ein ganz besonderes Spiel, um ein Spiel, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Ähm, Sigi, worum geht's? Ähm, es geht eigentlich nicht um ein Spiel, das uns beiden am Herzen liegt, es geht um ein Remake eines Spiels, das uns beiden am Herzen liegt. Es geht konkret um Black Mesa, das ist ein Fan-Remake von Half-Life, ähm, also dem ersten Half-Life aus der grauen Vorzeit 1996 kam das raus und das Remake ist jetzt offiziell in einer finalen Version vor, ja, ein paar Wochen erschienen. Das war ewige Entwicklung, ist offiziell durch Valve gebilligt und, glaub ich, auch ein bisschen querfinanziert worden. Ähm, es darf auch kommerziell verwertet werden durch diese Modder, was natürlich dann etwas mehr Engagement in so ein Projekt reinliefert, also im, im, im Grunde eigentlich ein, 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 ein kommerzielles Remake unseres erklärten Lieblingsspiels, oder? Ja, also, eine kleine Korrektur meinerseits, Half-Life wurde 1996 angekündigt, es erschien 1998. Ach du Scheiße. Ja, es ist schon sehr, sehr lange her. Äh, ja genau, es handelt sich um ein, ähm, ja, Fan-Projekt, und zwar die Entstehungsgeschichte, beziehungsweise der Anstoß dieses Fan-Projekt überhaupt ins Leben zu rufen, lag da dran, dass, äh, Valve 2004 ein Remake von Half-Life veröffentlicht hat. Ähm, wir werden uns nicht dran erinnern, denn es war nicht besonders gut, es war sehr lieblos zusammengeschustert. Es war einfach nur ein Engine-Swap des Spiels mit, mit sehr, sehr cringy neuen Models, oder? Ja, es war halt einfach so, ähm, also, Half-Life, das, das ursprüngliche Spiel, bestand ja aus einer modifizierten Quake-2-Engine, und, äh, sie haben einfach die Engine getauscht, äh, getauscht, aber vergessen irgendwie die Assets auch zu swappen. Also, es sah alles sehr komisch aus, es wirkte sehr lieblos zusammengeschustert, und, ja, es, also, im Endeffekt hätten sie es einfach sparen können, ja. Ja, und dann kam dann irgendein Typ, der hat gesagt, naja, das gefällt mir nicht, hey, lass uns selbst ein Fan-Projekt zu machen, und, ähm, ja, da hat er dann 20 Jahre seines Lebens damit verschissen, so wie es ausschaut. Oder auch nicht verschissen, das werden wir jetzt diskutieren. Ja, es waren ja mal, also, es waren so zwei Fan-Projekte, die sie sich zusammengeschlossen haben, um das Ganze dann zu machen. Äh, die Jungs heißen, glaub ich, Probar Collective, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Genau, es hat ewig gedauert, also, es ist wirklich ewig gedauert. Ähm, 2012 wurde es, ähm, bei der Steam-Greenlight-Kampagne freigegeben. Es war, glaub ich, eines der ersten Spiele, ne? War das so? Ähm, ja, glaub ich, nicht das erste, aber eines der ersten, und das ist extrem schnell gegreenlightet worden. Also, nicht irgendwie ewig in der Pipeline hängt, sondern raufgestellt, bam, fertig, okay, wir können loslegen. Genau, und dann hat es noch mal acht Jahre gedauert, bis wir jetzt beim finalen Produkt angekommen sind. So ist es halt, wenn man, äh, glaub ich, das wurde zu größten Teilen auch in der Freizeit entwickelt, ähm, passiert halt, wenn man, äh, ja. Ja, wobei zum Zeitpunkt, als das Spiel gegreenlightet worden war, hatte das Spiel ja schon mehrere Mode-of-the-Year-Awards eingestrichen gehabt. Das war de facto, der erste Teil, ähm, war fertig. Also, man konnte das eigentlich schon relativ gut spielen. Ab diesem Zeitpunkt war halt dann quasi der Punkt gekommen, an dem man dann, glaub ich, 20 Euro, wenn es damals verlangen durfte für das Geld, und es tatsächlich der breiten Masse zugänglich gemacht wurde und man eben nicht, ähm, manuell, äh, sein, sein Half-Life 2 modden musste, sondern das ganze einfach als Standalone-Spiel herunterladbar war. Ja, also, man kann festhalten, es war sehr lange in Entwicklung. Wir haben jetzt dieses finale Resultat, ähm, man kann's kaufen für, ich glaub, 15 Euro oder 20 Euro. Und dann wieder perfekt vorbereitet. Ich glaub, ich hab 15 bezahlt. Weil, äh, die Frage ist natürlich jetzt, und deswegen machen wir ja den ganzen Schlamm, also, hier sollte man das tun. Und um diese Frage beantworten zu können, hangeln wir uns jetzt anhand eines kleinen, aber feinen Notizzettels durch die Besprechung dieses Spiels. Ihr seid genauso aufgeregt wie ich, hoffentlich. Und schon ganz wurschig. Ja, schon ganz wurschig. Und, ähm, damit wir einfach erst mal die Kuh vom Eis kriegen, beziehungsweise erst mal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, äh, erzählen wir ganz kurz, worum es eigentlich in Half-Life geht, beziehungsweise, äh, was einem da so erzählt wird. Sprich, äh, wir gehen auf die Handlung ein. Und, äh, Sigi, ähm, das ist dein Part. Das ist mein Part. Ähm, ja, Half-Life, wie du vorher schon sagtest, das ist 1998, Schande über mich, äh, veröffentlicht worden. Äh, es ist das, das erste Spiel neben Unreal im Ego-Shooter-Genre, bei dem tatsächlich die Handlung im Vordergrund stand. Also nicht einfach nur, ähm, irgendwie eine Backstory wie jetzt bei Doom oder Quake, das halt einfach irgendwie sagt, böse Dämonen aus anderer Dimension wollen alles töten, sondern, äh, das Ganze ist tatsächlich handlungsgetrieben. Es ist in Ansätzen ein interaktiver Film. Das Spiel beginnt ursprünglich mit, ähm, einem, äh, einem, ja, einer U-Bahn-Fahrt. Es ist, ja, so eine Einschienenhänge, Schwebebahn, wie auch immer. Und da wird da der Vorspann quasi abgespult. Es dauert gefühlte fünf bis zehn Minuten, in denen einfach nichts passiert, wirklich gar nichts, außer aus dem Fenster schauen und einfach Eindrücke sammeln, die einfach irre cool sind. Da sieht man, wie Raketen zusammengebaut werden, wie Menschen zur Arbeit gehen, wie ein, äh, Wachmann durch eine verschlossene Tür nicht durchkommt, ähm, wie irgendwo, was nicht, Giftmüll austritt, wie ein Hubschrauber landet, also einfach Dinge, die damals Eye-Candy waren und heute einfach jeden nerven würden, beziehungsweise auch nerven, wenn man jetzt einfach nichts tun kann in dieser Zeit. Ähm, man spielt den Wissenschaftler Gordon Freeman, ein sehr, ja, sprachloser Wortkar, Mann, also er spricht eigentlich genau gar nichts, ähm, und begleitet den in dieser, dieser U-Bahn-Fahrt auf seinem Weg zur Arbeit. Und als er dort angekommen ist, beginnen sich dann tatsächlich die Elemente zu entwickeln. Naja, eigentlich ist, äh, Gordon Freeman, ähm, ja, ein Wissenschaftler, Physiker, und er soll ein Kristall-Experiment durchführen. Und dieses Kristall-Experiment, ähm, wie sollte es anders sein, äh, geht fatal schief. Und danach ist es so, dass diese Forschungsstation, die heißt übrigens auch Black Mesa, deswegen der Titel, ha! Ähm, ja, die, ähm, bricht auseinander, beziehungsweise es explodieren tausend Sachen, äh, komische Alien-Kreaturen beamen sich auf einmal in dieses Forschungs-, in diesen Forschungskomplex. Und, ähm, ja, es herrscht totales Chaos, und Gordon Freeman überlebt wie durch ein Wunder diesen Vorfall, weil er in so einem komischen Anzug steckt, äh, dessen Namen ich leider jetzt vergessen hab. H-E-V, so, das ist a Hazardous Environment Protection System, Mark IV. H-E-V, so, dankeschön. Wie konnte... H-E-V, so, okay. Also, er steckt halt in so einem Schutzanzug, das schützt ihn vor radioaktiver Strahlung und noch ganz anderen Einflüssen. Hm, ja, und, äh, seine Aufgabe ist jetzt so, als einziger Überlebender mit diesem Schutzanzug und als einziger Überlebender mit ein bisschen Mumm in den Knochen, haha, ähm, ja, aus diesem Forschungskomplex sozusagen an die Erdoberfläche zu kommen, um durch die Erdoberfläche dort, äh, ja, ein Alarm auszulösen, mehr oder weniger. Ja. Wobei dieser Alarm, ähm, sich dann, dann als unnotwendig herausstellt, weil das Militär schon Wind bekommen hat davon und, ähm, versucht einen, einen Art Lockdown zu erwirken und alles zu töten, was da geräucht und feucht, inklusive der Wissenschaftler. Ähm, das heißt, man kämpft dann nicht nur gegen Aliens, sondern dann auch gegen menschliche Soldaten und letztlich, ja, entfalten sich halt dann weitere Ereignisse, die dann das komplette Half-Life-Universum inklusive dem Nachfolger Half-Life 2 entfalten lassen. Aber ich glaube, äh, lassen wir die Handlung mal liegen, weil es gibt sicher noch genug, äh, Menschen, die Half-Life nicht gespielt haben oder Black Messer nicht gespielt haben. Gehen wir einfach weiter zum, zum eigenen Storytelling. Wie, wie läuft das ab? Ist es noch altbacken? Ist es neu? Was, was unterscheidet sich großartig jetzt, wenn man diese Anfangsszene, die berühmte jetzt nimmt, in der U-Bahn von Half-Life in Black Messer? Ja, man muss so ein bisschen sich in die Zeit zurückversetzen, als dieses, als das Ursprungsspiel entstanden ist, ne? Und du hast es ja so schön gesagt, Half-Life ist mit Unreal das erste Spiel zusammen, äh, der erste Ego-Shooter, der quasi, äh, Handlung in, in das Genre gebracht hat. Und meiner Meinung nach, und das ist ja auch die Meinung ganz vieler, äh, Kritiker und Rezensenten der damaligen Zeit, und auch heute wird es immer wieder erwähnt, ist Half-Life quasi so der Wendepunkt im Genre der Ego-Shooter, ja? Also ab dem Moment, äh, ist es von so einer reinen Schießbude hinweggegangen zu nem, ja, ähm, mehr oder weniger durchinszenierten Agenten-Thriller, ne? Also man muss jetzt so ein bisschen seine Erwartungshaltung an die damalige Zeit anpassen und auch an die damaligen Entwicklungszeiträume und Budgets und so weiter, ja? Also zum Beispiel, wenn man sich ein Quake 2 anguckt, was zwei Jahre davor erschienen ist oder ein Jahr davor erschienen ist, ähm, das ist von, das ist von id Software entwickelt worden und, äh, einer der wichtigsten, äh, Menschen damals bei id Software war John Carmack und John Carmack hat Story in Spielen gehasst. Der fand Story haben, also eine, eine Hintergrundgeschichte, hat in einem Ego-Shooter nichts zu suchen. Ja, ihm geht's rein um die Technik, ums Gameplay, das muss perfekt sein, alles andere ist unwichtig. So, dann kommt ein Spiel wie Half-Life daher und sagt so, okay, ähm, wir fangen an mit dieser 10-15-minütigen Intro-Sequenz, ja, wo man einfach durch diesen Komplex fährt, wo links und rechts immer mal wieder so kleine Sachen passieren, äh, die teilweise dann auch mit den Ansagen, die über diesen, die während dieser Bahnfahrt über die Lautsprecher kommen, so ein bisschen konträr laufen, ja? Das ist alleine schon mal ein riesiger Bruch. Und heute sind wir sowas gewöhnt, also heute sind wir gewöhnt, dass wenn wir einen Ego-Shooter anschmeißen oder einen Shooter anschmeißen, der noch eine Singleplayer-Kampagne hat, dass wir da erstmal bombastmäßig mit einer Story quasi erschlagen werden, ne? Meiner Meinung nach darf man sowas bei Half-Life oder auch bei Black Mesa jetzt nicht erwarten, ne? Also wie gesagt, diese viertelstündige Fahrt dahin, die ist auch keine Zwischensequenz, sondern man kann sich bewegen und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen, äh, zurückhaltender inszeniert. Aber das Spiel an sich nimmt sich wirklich viel Zeit immer wieder, um die Handlung voranzutreiben, um lustige oder mehr oder weniger wichtige Nebencharaktere einzuführen und die auch ganz schön schnell wieder rauszuschmeißen. Ähm, wie du das schon so schön erwähnt hast, wenn man das erste Mal auf das Militär trifft, wo man ja eigentlich glaubt, dass es einen rettet, gibt's diesen Story-Twist, ja? Das war damals eine ganz große Geschichte, dass es in einem Ego-Shooter einen Story-Twist gibt, dass auf einmal, äh, das Militär, was einen retten soll, einen eigentlich, äh, umbringen will, um die ganze Sache zu vertuschen. Dann gibt es diesen ominösen, äh, Koffermenschen, ne? Der immer irgendwie im Spiel immer mal wieder an Punkten auftaucht und quasi durch diese Station auch nach außen rausgehen will, ähm, den man auch am Anfang in einem Gespräch mit einem Wissenschaftler sieht und so weiter, den man nicht einordnen kann, der einen sehr mysteriösen Eindruck macht. Und das ist alles, auch heutzutage funktioniert das erstaunlich gut und gibt dem Spiel erstaunlich viel Tiefe. Und das war damals, zu der Zeit, wo halt Half-Life erschienen ist, war das eine Revolution. Und heute ist es zwar keine Revolution mehr, aber es wirkt, oder es tut einiges dazu, dass man Black Mesa immer noch gut spielen kann, weil es überhaupt nicht altbacken wirkt. Und weil es in seiner Schlichtheit und in der Art und Weise, wie es ins Spiel integriert wird, nämlich meistens durch kleine Dialoge, ähm, durch, äh, selbst zu, äh, selbst ab, also selbst zu erspielende Zwischensequenzen. Es gibt keine Bombast-Zwischensequenzen, wo man nur zuschaut, sondern man ist immer in Bewegung. Das ist, in seiner Einfachheit ist es sehr erfrischend und wirkt auch, also wirkt gerade dadurch, dass es so einfach ist und so, so nebenbei integriert ist, wirkt es teilweise wirklich moderner, als es eigentlich ist. Ja, das ist im Grunde ja das, ähm, Ding, das für meinen Geschmack moderne Spiele teilweise wirklich übertreiben. Wie du gesagt hast, man hat Cutscenes, wo man nicht in der Kontrolle, ähm, ist und es passiert so viel, dass man eigentlich sich gar nicht auf alles konzentrieren kann. Bei Half-Life passiert gerade so viel, ähm, dass es nicht langweilig wird, das quasi herumstehen und diese, diese Zwischensequenzen und Dialoge, ähm, aber es ist, ähm, eben nicht too much, dass man jetzt theoretisch das Spiel achtmal spielen muss, dass man wirklich alles sieht, weil das ist das, was mich an, an diversen Forsts, ähm, Geschichten dann eben angeht. Also wenn du jetzt, ähm, zum Beispiel das Opening von Skyrim hast, da ist es ähnlich, ähm, da hast du nicht viel zu schauen, du kannst dich aber ein bisschen umschauen, du hast Dialog, das ist okay, nur in manchen Spielen ist es dann eben tatsächlich so, dass du dann auf einer Schiene bist, wo du durchgefahren wirst, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt bei Half-Life natürlich auch, oder eben Black Massa, ähm, aber du hast gar nicht die Möglichkeit, dass du nach links und nach rechts gleichzeitig schaust und einfach viel verpasst und dann musst du das Ding nochmal machen. Und das sollte einfach nicht sein, das ist einfach schlechtes Game-Design, dass es mehr zu sehen gibt, ähm, als man sehen können sollte. Das ist vielleicht für einen Open-World-Titel ganz interessant, aber, ähm, für handlungsgetriebene Spiele, die sich in einem Schienensystem mit vordefinierten Korridoren befinden, ist das einfach nicht geeignet. Und das ist da einfach gut gemacht, auch bei Black Massa. Man hat diesen, diesen Stil, ähm, diese Erzählweise eingefangen, das Ganze nicht künstlich in die Länge gezogen und trifft einfach diesen ursprünglichen Gedanken extrem ins Schwarze. Ja, also man muss einfach festhalten, dass dadurch, dass du halt nie zu so einem passiven Konsumenten wirst, das Ganze sehr erfrischend und sehr, ja, aus einem Guss wirkt, ne? Es wirkt halt wirklich sehr gut integriert. Und man muss auch dazu sagen, was Half-Life ja auch noch gemacht hat, was es vorher in dem Genre eigentlich gar nicht gab, ist, du hast so ein, von der, von der, vom Tempo der Erzählung her hast du ja, hast du so ein, hast du so ein ganz krasses Stakkato. Ja, also du hast, mal hast du, äh, wieder Action-Sequenzen, ne, da musst du gegen die Übermacht kämpfen und musst dich verteidigen und so weiter. Dann hast du wieder eine Puzzle-Einlage oder du musst irgendwie einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren. Also das ist ja auch so, dass, dass Half-Life wirklich dieses ganze, damals dieses ganze Shooter-Genre auch noch um andere Genre-Elemente ergänzt hat, ne? Mhm. Ähm, weil du gerade gesagt hast, Sicherheitsparcours und Ähnliches, was bei dem Spiel halt extrem interessant ist. Ähm, du hast am Anfang einfache Dinge zu tun, die dich darauf vorbereiten, was das Spiel tut. Das Tutorial ist in das Spiel integriert. Half-Life hatte zwar ein Tutorial, diesen Hazard-Course für Leute, die jetzt tatsächlich, ähm, ein Tutorial wollten, aber es bringt dir sämtliche Spielmechaniken, auch Dinge, die damals quasi neu waren, ähm, und eher ungewöhnlich, als zum Beispiel auf Leitern klettern. Das war jetzt nicht ganz so üblich in den meisten Shootern. Einfach bei, ähm, durch, ja, durch das Level-Design, durch die langsame Progression, dass du mit anderen Figuren interagieren kannst, ähm, dass du eben Dialoge führen kannst. Weil, ja, woher soll man das auch wissen? Es gab damals einfach keine, ähm, NPCs in der Form in Ego-Shootern. Da bist du durchgelaufen, hast auf alles geschossen, was sich bewegt. In Half-Life ist das eher kontraproduktiv. Es gibt Stellen, wo du, ähm, wenn du einen falschen Wissenschaftler erschießt, einfach nicht weiterkommst, weil er dir die Tür aufmachen sollte. Und dann fällt die Mission und der letzte Checkpoint lädt. Und das ist einfach eine Geschichte. Du hast einfach eine zusätzliche Ebene durch das hineinbekommen, die du da erst erlernen musst. Und das hat Tata Walther damals einfach gut geschafft, zu integrieren und ist auch von Crowbar Collective wieder lückenlos übernommen worden. Genau, das muss man an dieser Stelle auch einfach zusammenfassen, zu dem, was wir jetzt erzählt haben bis jetzt, auch sagen, dass das Original-Feeling des Spiels wirklich sehr gut rüber transportiert worden ist in die Neuzeit. Und da haben die wirklich wenig dran verändert. Ähm, sie haben, wenn überhaupt, ergänzt, und zwar um so ein paar Elemente aus Half-Life 2. Wir erinnern uns, der größte Unterschied neben der grafischen Evolution natürlich zwischen Half-Life und Half-Life 2 war einfach schlicht und ergreifend, dass Half-Life 2 Physikrätsel mit reingebracht hat. Und das tun die Jungs hier auch. Also es gibt durchaus, ja, an manchen Stellen einige Elemente, wo sie so ein bisschen Physikrätsel aus Half-Life 2 mit reingebracht haben. Das ist jetzt aber nicht so, dass es wahnsinnig prägnant ins Auge springt. Also mir selber ist es erst aufgefallen, als ich mir eine Mission mal als Half-Life-Original-Walkthrough angeguckt hab und eine Mission mal als dann selber gespielt hab. Und dann ist mir aufgefallen, okay, da gibt's Elemente, die sind so im Originalspiel einfach nicht drinne. Ich muss dazu sagen, ich hab Half-Life das letzte Mal vor, ich glaub, echt 20 Jahren gespielt. Also deswegen sind da die Erinnerungen halt auch nicht mehr besonders gut. Aber es fällt nicht auf. Und das ist das Geniale. Du kannst die Sachen in den meisten Fällen auch ohne diese Physikrätseln machen. Ab und zu haben sie dann ein paar reingebaut, die entsprechend, ja, erzwungen sind. Also auch dann später in der Zen-Dimension sind dann Rätsel dazugekommen, die es einfach vorher so nicht gegeben hat. Aber im ersten Teil, solange man sich noch in dem Forschungskomplex im Black Mesa befindet, ist de facto diese Physikrätselgeschichte einfach nur ein Beiwerk, das du nutzen kannst, aber in der Regel nicht musst. Und wenn du das von Anfang an gewohnt warst durch deine ursprüngliche Half-Life-Spiele-Erfahrung, dann nimmst du das einfach als gegeben hin. Es wirkt natürlich und es wirkt so, als wenn es so gedacht gewesen wäre, durch die ursprünglichen Half-Life-Entwickler damals aber einfach die technischen Möglichkeiten dafür gefehlt haben. Genau, das fasst ziemlich gut zusammen. Man muss auch dazu sagen, dass man jetzt rein grafisch gesehen kein opulentes Remake erwarten sollte. Es ist immer noch die Source-Engine, die ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Es ist aber von der Art und Weise, also vom Art-Design her, von der Architektur, ist das Spiel an sich ja einfach auch nicht schlecht gealtert. Und das haben sie jetzt mit neueren Texturen, also hochauflösenderen Texturen, besseren Play-Charakter-Modellen angereichert. Natürlich, dann gibt es da noch irgendwelche modernen Elemente, die damals die Engine gar nicht, also das war Post-Processing-Effekte, die gab es damals noch nicht. Die sind jetzt da drin, das Wasser sieht gut aus. Solche Geschichten, Explosionseffekte sind besser und so weiter. Das heißt, es ist halt auch grafisch sehr nah am Original, was das Art-Design angeht, hat aber Elemente, die jetzige Grafik-Engines quasi bieten und die halt auch, an die wir uns auch gewöhnt haben, rein vom, dass eine Oberfläche halt wirklich auch eine gewisse Plastizität hat und dass sich Licht in einer gewissen Art und Weise auch natürlich bricht an Flächen und so weiter. Das haben sie integriert und das lässt das Ganze grafisch auch zwar jetzt nicht opulent, aber angemessen aussehen. Und man kann es sich einfach, also man kann es angucken, ohne dass man denkt, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und das finde ich cool. Dazu kommt dann halt noch, dass sie, und das ist im Original, hat aber auch schon sehr gut, das ganze Sound-Design super rüber gerettet haben. Die Dialoge sind nach wie vor herrlich ironisch stellenweise. Teilweise gibt es ja auch diese Text-Bildschere, also dass quasi jemand was sagt und was komplett anderes tut, was dem Ganzen auch immer so einen kleinen humoristischen Aspekt mit beiliefert. Ja, und es ist halt einfach so, dass es wirklich Spaß macht, noch mal in die Welt von Half-Life einzutauchen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn das ein Remake hinbekommt, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und wenn es dann noch im weiteren Spielverlauf sich keine grüberen Schnitzer leistet, dann kann man eigentlich davon reden, dass es wirklich gelungen ist im Großen und Ganzen. Oder wie siehst du das? Grundlegend habe ich sehr, sehr gut gefunden, dass diese ganzen Skriptsequenzen, die eben passieren, wo jemand die Dialoge verpasst oder wo irgendwas passiert. Also im späteren Verlauf bekommt man diese Gauss-Gun zum Beispiel, wo zwei wahrscheinlich Wissenschaftler sich unterhalten und einer davon sagt, ja, lass sie nicht überladen und dann spritzen eben diese Gips überall herum. Dass man solche Sachen übernommen hat, das sind Sachen, die haben damals furchtbar realistisch gewirkt, wenn da ein paar so Fleisch- und Rippenbrocken herumfliegen und am Boden durch die Gegend rutschen. Wenn du dir das heute anschaust, das wirkt unfreiwillig komisch und lächerlich eigentlich. Es ist nicht mal ansatzweise realistisch, aber damals hat man uns diese Grafik als fast fotorealistisch verkauft. Und diese überzogenen Gib-Effekte und auch unfreiwillig komischen Dinge hat man beibehalten. Ganz am Anfang zum Beispiel, da kommst du zu der Türe, zur Eingangstüre dieses Forschungskomplexes, das war ein Empfangspult und da sitzt jemand da, ein Wachmann, der eben sagt, es gab vor ein paar Minuten ein System-Crash oder vor einer halben Stunde oder so und sie versuchen jetzt, die Files gerade wieder zu rekonstruieren. Und im Marginal war es halt so, weil die Models extrem low-poly waren, hat der auf der Tastatur mit seinen Fäusten herumgeknüppelt. Und obwohl die meisten Figuren jetzt mittlerweile Finger haben, die Modelle deutlich höher auflösend sind, schreibt der Typ immer noch knüppelt mit seinen Fäusten, weil das einfach sehr, sehr ikonisch ist. Das sind einfach kleine Dinge, auf die schaust du nicht und wenn die irgendwer dann an anderer Stelle entdeckt und nochmal selbst genauer hinschaust, denkst du, oh, drum kommt mir das so bekannt vor. Nicht, weil es gut ist, sondern weil es teilweise absichtlich schlecht oder unfreiwillig komisch gemacht wird. Das ist einfach großartig. Also das, man kann es immer wieder sagen, es fängt den Originalstil einfach sehr gut ein und es ist, es macht Spaß, es zu spielen. Ja, das finde ich auch, du hast es ja so schön gesagt, ne, also grafisch hat man es das damals als Fotorealismus verkauft oder verkaufen wollen. und das ist ja der Punkt, ne, also wenn wir jetzt hingehen und wir gucken uns gerade, also Half-Life ist ja auch ein Spiel, was aus dieser Ära kommt, wo 3D-Beschleunigerkarten das erste Mal salonfähig geworden sind, wo man wirklich, äh, auch darüber geredet hat, dass man am PC 3D-Grafik in einer, in einer Qualität bekommt, wo du sie sonst eigentlich überall nicht bekommst. Ja, also die Playstation hatte eine schlechtere 3D-Qualität, weil sie einfach kein Texture-Filtering konnte und so weiter. Und wir sind jetzt an so einen Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, das ist alles natürlich Altbacken und das, ähm, grafisch gesehen kann man sich das heute nicht mehr anschauen, aber was halt bleibt und was man hier auch ganz gut sieht, ist ein gutes Spiel, wenn das ein Team sich nimmt, ja, und sich hingeht und sagt, okay, was hat dieses Spiel damals einzigartig gemacht, warum haben wir es geliebt, ne, warum sollte man das heutzutage nochmal wieder spielen und dann kommt man hin und sagt, okay, die Handlung war cool, ähm, die Art und Weise, wie, äh, Charaktere animiert waren, hatte was Ikonisches, die Art und Weise, wie, wie Dialoge geschrieben worden sind, hatte was, äh, sehr Spezielles, die Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut war, war damals sehr speziell und sehr neu und man rettet das dann so in die Neuzeit, das ist halt im Endeffekt das, was meiner Meinung nach auch ganz viel in dieser Industrie einfach fehlt, dass man wirklich hingeht und guckt so, okay, was sind die ikonischen Spiele, die wir retten müssen, ja, die wir quasi wie ein Remaster von, keine Ahnung, der Pate, ja, damit man's irgendwie heutzutage nochmal in 4K gucken kann, so wichtig ist es eben auch in Half-Life nochmal neu aufzulegen, um einfach dieses Spielkultur gut weiterzutragen, um einfach zu sagen, hey Jungs, damals, 1998, hat dieses Spiel ein Genre komplett neu definiert, ja, und das finde ich, das gelingt denen halt super, ne, haben wir jetzt schon hundertmal erzählt, aber das ist halt ein Punkt, wo man wirklich auch diesen Hobbyentwicklern und Modern, die sich wirklich die Zeit genommen haben und auch die Zeit, also wirklich viel Zeit dafür genommen haben, einfach hinzugehen und sagen, ey, das Spiel hat uns damals so gut gefallen, wir finden das Remake, was der Hersteller gemacht hat von dem Spiel, finden wir so schlecht, dass es dem nicht gerecht wird, wir machen das nochmal neu und sich dann so hinzusetzen und das wirklich auf so einem hohen Niveau abzuliefern, ist meiner Meinung nach echt aller Ehren wert, ja, und klar, es gibt Sachen, die sind nicht gut gealtert, ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen und da habe ich auch einen kleinen Rant vorbereitet, wie es immer so mein Fall ist, aber bis zu diesem Punkt hier in unserer Besprechung kann man wirklich sagen, dass es einfach empfehlenswert ist, sich Black Mesa nochmal anzuschauen. Wir sind aber noch lange nicht am Ende, wir haben uns jetzt eigentlich noch gar nicht über das Fleisch unterhalten, aber komm vielleicht nochmal zur Rant-Section, da hatten wir im Vorfeld ja schon ein paar Diskussionen, willst du mal kurz zu Ranten beginnen, weil ich habe da natürlich auch ein paar Gegenargumente. Ja, also, was ich, also, mein, der wichtigste Punkt, den ich habe und der auch ein bisschen wehtut, aber der ist einfach wirklich nervig, die Geschicklichkeitspassagen sind heutzutage einfach meiner Meinung nach stellenweise echt unspielbar. Was größtenteils daran liegt, dass das Movement wahnsinnig miserabel gealtert ist, also beziehungsweise es ist einfach, es war damals bei Half-Life auch schon nicht gut, weil gefühlt läufst du die ganze Zeit auf so einer, auf so einen, auf Schienen und du hast immer so ein, so eine Trägheit, so ein Delay im Stoppen, ja, du rutscht immer noch ein Stück weiter gefühlt und das sorgt dafür, dass es wirklich so Sprungpassagen gibt. Ich sage nur, es gibt so einen Level, da muss man über so radioaktive Behälter rein- und rüberspringen und so weiter und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil Gordon immer ein Stück nach vorne gerutscht ist und ich deswegen teilweise entweder von den Vorsprüngen runtergefallen bin, deswegen nochmal wieder ganz am Anfang sein musste oder halt einfach, ich stand irgendwie, keine Ahnung, drei Pixel zu nah an einem rotierenden Fan oder also an einem, hier, wie nennt sich das, Ventilator und dann hat es mir den Kopf abgehackt und ich durfte nochmal neu laden und so weiter. Das waren so Sachen, wo ich dachte so, oh, das hätte man ein bisschen tighter noch hinkriegen können und das hat wirklich mich stark genervt und hat auch mich wirklich Nerven gekostet. Ich glaube, Sigi, du kannst dich noch daran erinnern, wir haben es mal zu zweit gespielt beziehungsweise wir haben beide Solo gespielt und uns dann nebenbei unterhalten und ich habe einfach wirklich eine halbe Stunde lang einfach nicht mehr aufhören können zu sudern, ja, es hat mich so unfassbar genervt. Klar, vielleicht möchte ich nicht ausschließen, habe ich mich auch ein bisschen dämlich angestellt, aber es war einfach so, nach fünf Minuten war für mich das Kind ins Wasser gefallen und der Drops war gelutscht, der hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich kann es nachvollziehen, als wir da gemeinsam gespielt haben, ich habe ja beschlossen, das Spiel komplett neu zu beginnen, obwohl ich es 2012, 13, so wie es das erste Mal quasi rausgekommen ist, da habe ich es mir damals gekauft, schon gespielt habe, da hat das Spiel dann eben kurz vor dem Wechsel in die Border-Welt in diese Zen-Dimension aufgehört, da springst du durchs Portal durch und dann ist es aus. Und ich hatte im Kopf, dass eben Zen sehr viel aus Springen und Parcours quasi besteht. Und jetzt dachte ich mir, okay, fangst du nochmal neu an, weil, ja, wenn du schon so schimpfst über das Movement-System, dann brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen Übung und relativ am Anfang gibt es so eine Szene, wo man über hängende Kisten drüber springen muss. Und als wir da nebenbei gesprochen haben, bin ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal bei der ersten Kiste schon reingeflogen in die Grube und habe nochmal neu anfangen müssen, weil einfach die Sprungphysik so ist, wie es damals in Half-Life oder in Half-Life 2 war. Da war das halt einfach die Super-Mario-Mechanik. Du springst, kannst in der Luft bremsen und umdrehen. Das geht einfach in modernen Spielen oft nicht, dass du in der Luft so viel quasi Air-Control hast und der Land, das macht mich fertig. Aber man muss fairerweise sagen, das Movement-System so zu belasten, ist eine bewusste Entscheidung des Spieldesigns gewesen, weil es im Original so ist und weil es so funktioniert. Das ist letztlich ja kein super realistisches Spiel, sondern sehr arcadey. Die Gegner halten relativ viel aus, auch die menschlichen Gegner. Man kann ein paar Augen zudrücken. Ich mag es auch nicht, aber man gewohnt sich wieder dran. Nur der Wechsel zwischen modernen Titeln und diesem Spiel, der ist schon ein bisschen abrupt. Ja, das gilt leider auch für das Gunplay. Also ich finde das Gunplay nicht ganz so schlimm wie die Sprungpassagen beziehungsweise die Geschicklichkeitspassagen schlicht und ergreifend, weil es einen nicht so nervt. Aber es gibt halt einfach moderne Errungenschaften in diesem Gunplay nicht. Also man kann nicht um Ecken schauen, es gibt kein Deckungssystem und wie du schon sagtest, die Gegner halten erstaunlich viel aus und ja, man ist manchmal sich nicht so sicher, ob man getroffen hat oder nicht und das Spawning der Gegner ist halt auch teilweise echt so ein bisschen, wo du denkst, alter Schwede, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr quasi mich einmal durch das komplette Areal laufen lässt, nur um dann am anderen Ende, also am Anfang wieder irgendwie drei bübbelige MG-Typen zu launchen, damit ich nochmal einmal komplett zurückrennen darf, um die nochmal abzumördern, damit endlich die Tür freigegeben wird. Das ist halt so Spieldesign, was man heutzutage so nicht mehr machen würde. Okay, außer man macht ein neues Call of Duty, aber an und für sich würde man das heute nicht mehr so machen, weil es einfach auch wirklich nervig ist. Und das ist aber auch so ein Punkt, ne, klar, das war damals leider auch schon genauso, man hat es einfach nur nicht mehr in Erinnerung gehabt. Wobei auch diese Geschichte technische Limitierungen hat, also die Source Engine ist ja auch keine, keine stark auf große Außenareale oder auch große Innenareale optimierte Engine, das ist so eine BSP Engine, also sprich, da wird einfach der Innenraum in binäre Bäume geteilt, in sichtbare und unsichtbare Teile und du sparst einfach extrem viel Ladezeit und extrem viel Spiel, ja, wie nennt man das, Spielplatz, also wenn du so eine Map möglichst in einen engen Raum zwängst. Und darum ist es auch so, dass manche Rätsel beziehungsweise Passagen im Originalspiel und auch jetzt im Remake, was man eben später auch in der Senddimension sieht, sehr stark in sich selbst herumgewickelt sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Portal-Puzzle kurz vorm Schluss der Black-Maser-Geschichten, wo man einfach in einem relativ engen Raum ist und immer wieder in diesen Portal-Hub oder Kern zurückkommt, um dann wieder eben hoch oder runter zu teleportieren und da passiert einfach relativ viel in engen Raum. Du könntest natürlich das Ganze in einem modernen Spiel auf einen ewig langen Schlauch oder riesiges Open-World-Teil strecken, aber aufgrund der Limitierungen des Map-Formats und des Spiels ist das halt einfach der gangbare Weg damals gewesen und das ist auch so eingefangen worden und auch später auf die neuen Teile, die eben dann dazugedacht oder erfunden wurden, angewendet worden. Ja, wirkt teilweise ein bisschen komisch, wenn du denkst, ich laufe den ganzen Block rundherum, nur damit ich dann fünf Meter von dort entfernt bin, wo ich vorher schon war, aber du hast halt einen langen Weg unternommen und nicht fünf Meter nur abgekürzt damit. Ja, das stimmt, das liegt aber auch einfach natürlich daran, dass Half-Life damals auf der Quake-2-Engine basierte und die konnte halt, ich glaube, wirklich nichts Größeres an Areal darstellen als das, was dann irgendwie, wenn man, also ich glaube, da war einfach damals relativ schnell Schluss, da war die Arealgröße sehr beschränkt und da ging relativ wenig und die Source-Engine könnte das, glaube ich, also Half-Life 2 hatte ja durchaus große Außenareale zu bieten, aber das ist ja, wie gesagt, das ist halt auch einfach bei einem Remake übernimmst du halt eben auch die Sachen, die beim Original vielleicht nicht so geil waren, vor allem, wenn sie halt einfach damals zum Spieldesign gehörten und das ist auch okay, aber ich finde, wir sollten das auch erwähnen, weil es doch ein bisschen Nerven kosten kann, nicht muss, aber kann. Ja, für einen modernen Spieler, der Half-Life nie gespielt hat, werden diese Sachen zu Recht ein bisschen weird wirken, aber wie du schon sagst, das war halt damals so. Um da vielleicht gleich anzuknüpfen, was damals so war, Gabe Newell hat jetzt vor zwei, drei Wochen zum Release von Alex beziehungsweise im Vorfeld des Releases ein Interview bei IGN gegeben, wo er unter anderem auch über die Entwicklung von Half-Life gesprochen hat und dort wurde er gefragt, was er eben hätte besser machen wollen an Spielen und Half-Life war da natürlich eins der Themen und die Zen-Dimension, das ist quasi das, was bei Valve keiner gern gesehen hat, wenn sie dafür sechs Monate gebraucht hätten oder mehr gehabt hätten, dann hätten sie es auch anders gemacht, aber der Release-Druck war da eben groß, das Spiel musste damals durch Sierra gepublished werden, das war de facto das erste große Valve, Erstlingswerk, kommerzieller Titel und eben nicht in der Situation, wo Valve jetzt ist, wo sie einfach Spiele machen, weil sie Spiele machen wollen, nicht weil sie jedes Jahr entsprechende Geschäftszahlen brauchen für die Anleger, wie bei EA oder Ubisoft oder ähnliches und das sieht man dem Original Half-Life auch an, also Zen ist ein lieblos hingewischtes etwas, das einfach mir persönlich damals überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Wie siehst du das? Ja, also meiner Meinung nach hätten sie das Spiel da aufhören lassen können, wo es in die Zen-Region reinging. Also, ich hab's damals nicht gerne gespielt, ich fand's, es wirkte halt auch wie so ein rangeklatschtes Element, was nicht gut durchdacht war, was sich auch irgendwie spielerisch nicht so wirklich homogen in den vorherigen Part einfügte. Grafisch war's auch teilweise echt schrecklich, also schon zu damaligen Verhältnissen sah's scheiße aus, muss man einfach so sagen. Ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, der Part, der am meisten Überarbeitung bedürfte, wenn ich jetzt mal mein Spielerlebnis von damals aus meinen grauen Windungen rausquetschen will. ich hab, also, Zen war der Grund, weswegen ich Haar vielleicht beinahe nicht zu Ende gespielt hätte. Und meiner Meinung nach ist es auch einfach ein anderes Spiel, mehr oder weniger. Und deswegen, ja. Es ist ein angeflanschtes Etwas, es ist, es passt, wie du schon sagst, nicht zum Rest dazu und es erklärt auch, warum das Black Mesa-Team, also Grover Collective, ursprünglich nach dem Release gesagt hat, naja, Zen, wir haben zwar Ideen, aber wir wissen nicht, wie wir es machen wollen. Hier habt ihr das Ding ohne Zen und wir überlegen uns etwas. Und es hat ja dann, weiß ich nicht, glaube ich, sechs Jahre oder so, es gedauert, bis wirklich Zen fertig war. Und das Ergebnis ist, ja, das Ergebnis ist dann doch etwas überraschend, oder? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hab's bis dahin gar nicht geschafft. Du, 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 du Ketzer. Naja, das Ding ist, nicht, weil ich keinen Bock hatte, sondern es kam ein anderes Spiel dazwischen, das nennt sich Disco Elysium und das hat sehr viel Zeit die letzten zwei Wochen veranschlagt und ich hab's, ich wollte es eigentlich gestern noch spielen in Vorbereitung auf den Podcast, aber ich hatte gestern andere Dinge zu tun und ich hab's leider nicht in die Zen-Region geschafft, deswegen lausche ich jetzt gebannt deiner Narration. Das heißt, das wird dann eine Solo-Veranstaltung von mir. Ja. Also, ähm, ich, ich war extrem überrascht, das erlernte Einstieg in, in, in Zen, im original Half-Life ist, du hast eine, eine Lehre mit, weiß nicht, lila Hintergrund und kotzbraunen Felsen, über die du dann herumspringst und das war's und in Black Mesa, ähm, wir hängen da einfach ein paar Screenshots in unseren, ähm, Artikel zum Podcast dazu, damit man sich das anschauen kann, es ist einfach fantastisch, also es, es ist unglaublich schön gemacht, es ist atmosphärisch, der, der Sound, der Hintergrund-Sound, ähm, du denkst einfach nur, geil, da will ich jetzt, jetzt weitermachen und diese ganzen Details, die im Original nur angedeutet waren, ähm, die sind einfach zu Ende gedacht worden, also die sechs Monate, die, ähm, Valve hätte mehr gebraucht, um sein Fertig zu machen, sind letztlich sechs Jahre geworden, die Crowbar Collective gebraucht hat, um tatsächlich das zu machen, was wahrscheinlich Valve hätte daraus gemacht haben wollen oder wie auch immer, komischer Satz. Es ist im Original Half-Life so, es liegen Teile herum von, ähm, AGV-Suits, es liegen teilweise Leichen herum, es liegen Kanister mit Munitionen, herum, ähm, die man aufsammeln kann, die irgendwie wirken, als würden die Black-Macer-Wissenschaftler da sein, schon ein bisschen länger erforschen. Das geht auch im, äh, eigentlichen Spiel aus diesem Abschnitt Questionable Ethics hervor, wo man eben dann tatsächlich eingesperrte Aliens sieht, die dann seziert werden oder eben auch irgendwo, ähm, in Kammern eingesperrt werden. Der Teil ist auch extrem schön überarbeitet worden. Wann bist du wenigstens zu diesem Teil gekommen im Spiel? Ich fürchte nein. Du fürchtest nein. Okay, die Laborszene, also es ist, das sind auch schon so so Mini-Zen-Ansätze, also da gibt es so eigene Biome und Ökosysteme, wo eben dann zum Beispiel Snacks eingesperrt sind oder, ähm, eben Headcrabs in, in Labormgebung untersucht werden, also, da hat man schon gesehen, man hat sich da etwas mehr überlegt und letztlich in Zen ist es dann so, ähm, und dass es dann, ähm, Habitate gibt, also so, ja, so, so Sauerstoffzelte mit Schleusen, die mit Energie versorgt sind, wo man eben dann drinnen diverse Experimente und Regale und Proben sieht, äh, weil einfach aus dem Original-Haferspiel ja gar nicht hervorgeht, wo überhaupt das Wissen über Zen herkommt und das eigentlich da schon, schon Jahre oder Monate lang damit experimentiert wird. Das ist einfach in der Story nicht ganz so transparent, es geht einfach relativ spät erst hervor und diesen Teil hat man extrem aufgeblasen. Also, das ist nicht einfach ein Remake vom Original, sondern es ist eine völlige, absolute Neuinterpretation des Ganzen. Das heißt im Endeffekt aber auch, dass man alleine deswegen schon sich dieses Remake zulegen sollte, wenn man einfach das deutlich bessere Ende bekommt und ein Ende bekommt, was auch, ähm, Spaß macht zu spielen. Ja, genau. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Richtig. Also, in dem Fall, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, weil das tatsächlich etwas ist, was man wirklich erleben muss, ist auch für alteingesessene Half-Life-Fans ist das ein echtes Erlebnis. Du bist andererseits mit Physik-Puzzles beschäftigt, also diese Habitate, die haben teilweise keinen Strom, dann muss man sich mit Strom versorgen. Es gibt deutlich mehr Sprungrätsel, die Landschaften sind größer und auch dieser sehr prominente lange Fight, der sich da mit Gone Arch zieht, also das ist diese Head-Crab-Königin, ist deutlich länger und umfangreicher. Im Original-Havenlauf ist es quasi ein gebogener Gang, man schießt ein paar Mal mit dem Raketenwerfer drauf, läuft 100 Meter nach, Conard spricht durch die Decke, man schießt noch zweimal drauf und das Ganze ist erledigt. Und allein diese Passage ist eine halbe Stunde Spielzeit, die wirklich fantastisch ist von der Umgebung, vom Setting, von der Progression und in weiterer Folge gibt es dann so eine Vortigant-Fabrik-Siedlung, die im Original-Havenlauf halt nur ein bisschen angedeutet war und jetzt einfach tatsächlich eine Produktionsstätte für quasi Klonkrieger ist, wo eben diese Alien-Grunts erschaffen werden, geklont werden, wo ihnen dann diese Hive-Guns, also diese Bienenwaffen angebaut werden. Du hast so extrem viel zu sehen, so viel zu spielen, neuer Rätsel, es ist einfach eine völlig neue Erfahrung, die man gemacht haben muss und nicht zuletzt auch der Endkampf gegen wie heißt der Nihilat ist einfach völlig neu interpretiert. Da war es ja auch im Original-Havenlauf nur so, du springst über solche Bouncy-Pads am Boden, schießt immer bei einem Raketenwerfer im Kopf und nach zwei Minuten ist das aus und allein dieser Bosskampf, der zieht sich auch wieder über eine Viertelstunde mit unterschiedlichen Phasen, also es ist der ultimative Bosskampf im Half-Life-Universum. Okay, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde lang über ein Remake gesprochen, was schlicht und ergreifend auch daran liegt, dass es einfach ein Remake zu einem der besten und wegweisendsten Shooter der letzten 30 Jahre ist. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen und ich fange damit einfach mal an, weil Sigi gerade fünf Minuten wundervoll darüber monodivisiert hat, warum man sich dieses Spiel auf jeden Fall noch neben der wahnsinnig guten Umsetzung besorgen sollte. Deswegen, ich mache es kurz, das heißt, ich rede jetzt wahrscheinlich auch fünf Minuten, aber egal. Ja, wer Half-Life heutzutage sich nochmal angucken möchte und das in einem Setting machen möchte, wo er keinen Augenkrebs bekommt und das original Look und Feel von dem Spiel erleben möchte und nachvollziehen möchte, warum so viel immer noch über Half-Life gesprochen wird und warum es ja diesen Stellenwert in der Historie der Ego-Shooter hat, der sollte sich auf jeden Fall Black Mesa holen. Ja, es ist ein um sinnvolle und dezente neue Spielelemente angereichertes Originalspielerlebnis mit einem, wie wir gerade erfahren haben, deutlich aufgebesserten Ende und Ladies and Gentlemen, ihr könnt mir glauben, das Originalende von Half-Life wollt ihr so eins zu eins heute wirklich nicht mehr spielen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wollte man damals auch nicht? Genau, musste man aber, weil man hatte, also ich war damals, warte mal, hab ich Half-Life gespielt 2001, da war ich 16, da war das arsch viel Geld, da hatte ich einen neuen Rechner mir dafür gekauft und so weiter, also das ist andere Geschichte, aber damals musste man einfach aus jedem Penny das Maximale an Spiel rauspressen oder aus jedem Pfennig und ja, es ist einfach meiner Meinung nach es ist ein sehr gelungenes Remake, es ist ein sehr aufwendiges Remake, es ist ein Remake, wo sich die Leute, die das Remake gemacht haben, deutlich darüber Gedanken gemacht haben, was hat das Original cool gemacht, was hat das Original nicht so cool gemacht, was müssen wir aber trotzdem drinnen lassen, was können wir verändern, wie können wir es sinnvoll anreichern, von mir gibt es eine absolute Empfehlung es zu kaufen, ich glaube, es gibt auch niemand, der wirklich sagen würde, oh nee, das ist aber total langweilig und aufgewärmter Ola Kaffee und so weiter, denn Half-Life ist wahnsinnig gut gealtert, es markiert den Wendepunkt eines ganzen Genres hin von einer simplen Schießbude zu einem ja, gut inszenierten, spannend erzählten Action-Thriller mit einem ja, also wirklich wahnsinnig vielen neuen Ideen, die da untergebracht worden sind, in einer Mixtur aus auch verschiedenen Spielegenres, die es so vorher noch nicht gegeben hat, man könnte sagen, die nächste größere Evolution in diesem Genre ist eigentlich dann Halo gewesen, was quasi eine Shooter-Steuerung etabliert hat, die auch auf Konsolen funktioniert, es gibt Leute, die mögen dem auch widersprechen, aber so ist ungefähr der Kanon. Meiner Meinung nach ist es auch fraglich, ob man jemals wieder so viel Energie, Zeit und Kosten aufwendet, um einen Remake von Half-Life zu machen. Also wenn ihr Half-Life wieder erleben wollt, ist jetzt der beste Zeitpunkt es zu tun und 15 bis 20 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel es wirklich kostet, aber es ist so, in dieser Range sind eigentlich ein Witz dafür. Da kann man eigentlich fast nichts mehr hinzufügen, dass du gesagt hast, das ist ein Remake, es ist einfach zu wenig Bedeutung mittlerweile in diesem Wort, weil einfach Remakes wie Sand am Meer gemacht werden. Man kennt das aus in der Spielebranche, die einfach das Ganze Remastered oder wie auch immer nennen, da gibt es wenige Spiele, die wirklich gut sind, wenn sie geremastered werden, die meisten sind dann einfach nur ein bisschen Polition, ein schneller Cash Grab. Aus der Filmbranche kennt man das, das ist dort teilweise noch schlimmer, da wird einfach ein Film mit ein bisschen größerem Budget neu gemacht, aber du hast eigentlich gar nichts davon, weil Dinge, die im Original gut funktioniert werden, einfach lieblos kaputt gemacht werden und sich diejenigen, die es machen, eigentlich mit dem Marginal oft weniger auseinandersetzen. Nur wie du schon gesagt hast, in dem Fall wurde sich das überlegt, dieses Projekt wurde von echten Fans initiiert, die mit dem offiziellen Remake einfach nicht zufrieden waren und es dann so gemacht haben, wie es gemacht werden sollte, ohne groß Rücksicht aufs Budget zu nehmen, ohne Rücksicht auf die Zeit zu nehmen. Es ging denen einfach darum, ein gutes Produkt abzuliefern und dieses Produkt, das haben sie geliefert. Es ist ein Must, also bevor man jetzt anfängt Half-Life Alyx zu kaufen und zu spielen oder irgendein YouTube-Video anschaut, 10 Minuten Half-Life Law Explained oder was auch immer, da momentan herumgehandelt, Black Mesa holen, Black Mesa durchzocken, dann eventuell noch Half-Life 2 und die beiden Episoden durchziehen und dann mit Alyx weitermachen. Die Spiele haben jetzt nicht übertrieben viel Spielzeit, aber Black Mesa ist der optimale Einstieg, um wieder fit zu sein. Ja, genau. Also investiert erst mal 20 Stunden in die Historie, um dann Half-Life Alyx zu verstehen. Dann kauft ihr euch für 1.000 Euro eine gute VR-Brille und dann könnt ihr quasi auch das letzte Kapitel der Half-Life-Saga abschließen, beziehungsweise das vorerst letzte Kapitel. Ja, man muss dazu sagen, du hast irgendwann Mitte des Podcasts gesagt, dass damals Valve unter extremen Zeitdruck war, deswegen war der Zen-Teil nicht so geil. Der Publisher hat auf den Release gepocht, man musste schnell zu Potte kommen. Ja, das würde vielleicht Valve heute auch mal ganz gut tun, denn wir wissen alle, seit Half-Life-Episode 2 gibt es eigentlich keinen wirklichen Nachfolger mehr zu einer Serie, die wirklich einen Nachfolger braucht. Ich meine, klar, es gibt jetzt den VR-Teil, aber das ist auch mehr oder weniger ein Spin-Off. Ja, wir sind eigentlich am Ende dieser Folge angekommen und ich kann auch wirklich nicht mehr viel hinzufügen oder noch irgendwas absagen. Ich kann nur noch einmal kurz zwei Sachen nachreichen. Das eine ist der Preis. Aktuell kostet es bei Steam 18 Euro, also zwischen 15 und 20, wie ich schon erwähnt habe. Und es gibt noch einen Multiplayer-Part, das ist, glaube ich, aber einfach nur Deathmatch und Team Deathmatch auf den bekannten Maps. Hat sicherlich auch einen kleinen Unterhaltungswert, ist jetzt aber nicht der Punkt, weswegen ihr euch das Remake zulegen solltet. Ja, ich würde sagen, für diese Woche war es das auf jeden Fall. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Spiel habt, was ich mir nach diesem Podcast ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen kann, aber wenn ihr die trotzdem habt oder wenn ihr Anregungen oder Kritik oder Wünsche habt, dann schreibt sie doch bitte in den Comments. Das könnt ihr machen auf unserem Blog, das könnt ihr machen bei Reddit, da wird es auch einen Post geben. Ja, das könnt ihr aber auch schlicht und ergreifend auf unserem Discord-Kanal machen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in zwei Wochen oder vielleicht sogar schon in einer Woche, wenn Tom und ich bis dahin kommen, über Disco Elysium zu sprechen, wir uns am Sonntag um 18 Uhr wiedersehen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es wunderbar, wenn ihr uns abonnieren würdet, habt, denn der Podcast lebt quasi davon, dass man ihn hört und dass man mitmacht. Es gibt den Rebell-IT-Gaming-Podcast auf allen erdenklichen Plattformen, iTunes, Stitcher, Spotify, Castbox und wo ihr sonst noch Podcasts hört. Dann gibt es uns auch noch auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter, da könnt ihr uns auch folgen, um immer up-to-date zu bleiben. Und wenn ihr, was ich mir nach diesem Podcast durchaus vorstellen kann, weil wir haben einfach Spielexpertise, wenn ihr uns spielen wollt, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Kanal. Das ist Rebell-AT slash Discord. Wir suchen immer Spieler und es gibt auch immer wieder Leute, die bei uns auf unserem Kanal nach Spielern suchen für PUBG, für League of Legends, für Forze, für Generation Zero, für Call of Duty, Warframe und so weiter und so fort. In diesem Sinne, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter und hoffentlich hören wir uns in 7 bis 14 Tagen wieder. Und Sigi, ich wünsche dir noch viel Spaß an dem heutigen Sonntag. Auch dir viel Spaß und tschüss zusammen. Tschüss. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020